Liebe Kartell- und Bundesbrüder, das Sommersemester hat mittlerweile Fahrt aufgenommen und wie jedes Jahr steht der Studententag an. Der wird dieses Jahr aber digital durchgeführt. Dazu wurden gestern vom CV-Sekretariat alle Abstimmungsunterlagen per Mail an die Seniores verschickt. Darin finden sich die Berichte des Donauvororts und die Vorstellungen des Aachener Vororts. Im Laufe der nächsten Wochen könnt ihr dann Konvente abhalten und die Ergebnisse spätestens bis zum 22. Juni dem Sekretariat mitteilen. Da die Einberufung frist- und formgerecht erfolgt ist, besteht auch bei diesem Studententag die Pflicht zur Teilnahme. Am 23. Juni werden dann die Ergebnisse bekannt gegeben. Damit beweisen wir im Studententag trotz der aktuellen Krise Handlungsfähigkeit und gewährleisten Kontinuität durch die Bestätigung des nächsten Vororts. Damit er sich vorstellen kann, gebe ich an den kommenden Vorortspräsidenten, Kartellbruder Julius Wendling, von einer verehrlichen KDSTV Franconia Aachen weiter. Vielen Dank, hoher Vorortspräsident. Verehrte Damen, liebe Farben, Kartell und Bundesbrüder, an dieser Stelle möchte ich der Bitte von Kartellbruder Fischer nachkommen und kurz den Aachener Vorort vorstellen. Den Posten des stellvertretenden Vorortspräsidenten soll Kartellbruder Lukas Servus übernehmen, der gleichzeitig als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit fungieren soll. Er soll vertreten werden durch Kartellbruder Andreas Plattenteich, der sowohl Bildungsreferent als auch Hochschulkolidische Referent sein wird. Die weiteren Referentenposten werden Kartellbruder Philipp Wunderlich als Haushaltsreferent, mein Bundesbruder Tobias Bisping als Organisationsreferent und Kartellbruder Manuel Dratzig als Auslandsreferent übernehmen. Ich selbst werde als Vorortspräsident und Referent für Glaube und Kirche bei der schriftlichen Abstimmung zur Wahl stehen. Die aktuelle Situation macht es uns leider unmöglich, konkrete Termine für Veranstaltungen bis zur Kartellversammlung in Aachen zu benennen. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle auf die wichtigsten zwei Veranstaltungen bis dorthin eingehen. Der Übergabekommerz zwischen dem Vorort Aachen und dem Donauvorort soll in Regensburg am 2. September-Wochenende stattfinden. Des Weiteren hat sich der Vorort Aachen dazu entschlossen, einen Winterstudententag im Januar 2021 einzuberufen. Falls die aktuelle Situation dies zulässt, würde ich mich sehr freuen, Sie und Euch zum Übergabekommerz in Regensburg begrüßen zu können. Bis dorthin wünsche ich Ihnen und Euch weiterhin beste Gesundheit.